Hallo und herzlich willkommen bei GGM Gastro. Ich werde Ihnen in diesem Video einmal ein Produkt aus unserem Webshop vorstellen. Viel Spaß damit! Dies ist der TJ535 mit einer Leistung von 1,3 Kilowatt. Einen zweiten Durchlauftoaster bieten wir Ihnen mit einer höheren Leistung von 2,2 Kilowatt an. Seine kompakte Bauweise und das geringe Gewicht von weniger als 12 Kilogramm machen unseren Durchlauftoaster geradezu ideal für den Einsatz an Buffets und bei Caterings. Neben einer Funktion für Brötchen besitzt er eine weitere für Brot. In weniger stark frequentierten Zeiten kann der Toaster in den Standby-Modus oder komplett ausgestellt werden. All dies passiert mit dem unteren der beiden Drehräder an der Vorderseite des Geräts. Mit dem zweiten Drehrad können Sie die Geschwindigkeit des Laufbandes einstellen. So können Sie Ihr Brot nur leicht erwärmen oder aber Goldbogen anrüsten. Um Ihnen die regelmäßige Reinigung merklich zu erleichtern, verfügt unser Durchlauftoaster über eine integrierte Krümel-Auffangschublade. Diese lässt sich einfach rausziehen und entsprechend schnell säubern. Die Geräte der Serie TJ sind leicht zu bedienen, robust, pflegeleicht und in der Nutzung multifunktional. Der geringe Platzverbrauch und das niedrige Gewicht garantieren einen schnellen und unkomplizierten Transport. Die Eigenschaften, die unser Durchlauftoaster in sich vereint, machen Ihnen geradezu ideal für den professionellen Gebrauch. Ich hoffe, Ihnen hat unsere Produktvorstellung gefallen. Sie finden auch weitere Videos auf unserer Webseite, auf Facebook oder auf YouTube. Geben Sie uns auch gerne Feedback. Wir würden uns freuen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Tim von GGM Gastro Untertitelung des ZDF für funk, 2017